Herzlich Willkommen zu Wizard auf dem Mineplex.eu Server. Wir spielen heute das Kit Witch Doctor. Um Witch Doctor zu spielen, braucht man alle Errungenschaften in diesem Spielmodi. Und es gibt wie gesagt drei Arten von Zauber, Mist Spells, Supporter Spells, Helfende, z.B. Schnelligkeit, Teleportieren oder Heilung und Angriffsattacken hier. So, in 15 Sekunden beginnt es. Der Spielmodi ist halt ein bisschen so wie Harry Potter. Harry Potter SG, Zauberei und so. Richtig cool und macht auch am meisten Spaß. Mir zumindest, momentan. Ja, da macht mir natürlich auch viel Spaß. So, hier haben wir zwei Zauberstäbe. Jetzt versuchen wir die anderen zu verhexen. Aber erstmal müssen wir Kisten sammeln, um daraus die Zaubersprüche zu kriegen. Hässlicher Pfeil. Rüstung immer anziehen. Goldrüstung nehme ich eigentlich nie mit. Aber ich denke mal, ich nehme die jetzt mal doch mit. So, einmal den Mana Boat und den Lightning Stick. Den Mana Boat hat man von Anfang an, aber nur auf Stufe 1. Also es gibt mehrere Stufen. Jetzt hätten wir ihn auf 2. Feuerball haben wir schon komplett. Immer hier in der Kiste sieht man ja, hier steht ja zum Beispiel eine 2. Das ist dann die Stufe 2 vom Zauber. So. Ich hätte gerne noch den guten Zauber oder noch einen weiteren Zauberstab. Zauberstab befindet man auch noch in Kisten. Deswegen lohnt es sich eigentlich... Da kommt schon einer. So, jetzt haben wir mal Mana Boat und da hätten wir so einen Blitz gemacht und wir haben einen sogar getroffen. So. Ach, die Team, denke ich. Denke ich mal. So. Mana Boat. Auch Mann, ey. So. Und Bang. Der ist schon mal down. Jetzt gucken wir mal, wo der andere hingelaufen ist. Der hat sich ja versteckt, würde ich mal sagen. Giftpfeil, auch gut. Heilung ist auch super. Okay. Der war immer drauf. Hat sich kein Essen genommen. So. Okay. Den haben wir nicht getroffen. Schade. Sehr gerne. Glöcke kann man auch abbauen. Wenn man möchte, ne? Oh, hi. Er hat mich, glaube ich, nicht so gesehen. Ich hätte echt gerne noch einen Zauberstab. Und ob mich das was bringt. Also echt. Schlagen bringt hier relativ wenig. Tatsächlich. Ich glaube, er hat Speed genommen, aber er läuft gar nicht. Ah, jetzt läuft er. Jetzt läuft er auch mal. Okay, ich will zurück. Mhm. So. Hallo. Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Er hat sich gewehrt. So. Jetzt brennt er. Jetzt fliegt er. Versucht eiskalt zu fliehen. So. Aha. Mana Boat. Auch Mann daneben. Da ist schon ein bisschen traurig hier gerade. Wenn ich das so sagen. Perfekt. Den haben wir. Oh, einen Zauberstab haben wir bekommen. So. Mal eben ausrüsten. Was nehmen wir denn? Eisshards. Eisshards sind die besten nach meiner Meinung. Die besten Zaubersprüche. Die machen halt so Eiskristalle. So. Wo haben wir hier denn? Da hinten ist einer. So. Oh. Den habe ich sogar getötet. Beziehungsweise besiegt. Getöten hat sich so böse an. So. Jetzt leben nur noch drei. Also bin ich schon mal unter den Top 3. So. Jetzt schießen wir den. Okay. Da ist einer. So kann man auch gut herausfinden, wo jetzt der nächste Gegner ist. Der steht da jetzt relativ AFK. Also Stand. Ah. Schade. Nicht mehr getroffen. So. Das trifft natürlich auch nicht. Die treffen halt nicht so besonders gut, muss man sagen. Weil die sind halt... Hä? Was hat der denn gemacht? Achso. Er will mich hier wegschubsen. Ist aber freundlich von mir. Dass ich da nicht gefangen bin. Okay. Das hat jetzt nichts gebracht. So. Den hätten wir. Auch down. Und noch einen Zauberschnapp. Dann machen wir jetzt mal zur Sicherheit Heilung. Weil dann haltet man sich. Wo wir machen mal einen Kompass. Ach. Über mir. Okay. Eben heilen. Ach. Ne. Ey. Das trifft mich hier nicht. Ach. Schade. So. Ah. Guck mal. Das hat geklappt. Das ist natürlich schön. So. Das war daneben von ihm. Ich baue mich mal hier eben raus. Wenn man sieht, kann man hier einfach sich rausbauen. Oh mein Gott. Er hat mich tatsächlich getroffen. Boah. Ich habe ihn jetzt super getroffen mit dem Eisdingsbums. So. Und ich bin fast down. Und ich bin eingesperrt. Und esse mal eben was. So. Und. Und ich heile mich mal eben. Und nehme Speed. Und nehme Heilung wieder. Aha. Er versucht sich hier reinzubauen. Aber das lasse ich jetzt nicht zu. Oh mein Gott. Er hat mich tatsächlich getroffen. Oh Gott. Jetzt hat er mich schon wieder hier eingekesselt. Das Arsch. So. Bam bam bam. Aua. Okay. Jetzt nehme ich mal eben Speed. Wenn ich mal ganz ganz kurz weglaufen kann. Oh. Okay. Schade. Okay. Das war es dann mit. Wizard of the Mindplex Server. Und wir sehen uns dann. Nachher noch in einer Skyverse Runde. Bis dann. Euer Kamito. Und ciao. Ciao.